Ein Affe wird Ihnen hier in den kalten Gebirgswellen an der Alpen wohl kaum begegnen. Außer so ein Stoffaffe wie der hier. Affe gilt bei uns allgemein als Schimpfwort. Wussten Sie, dass manche Affenarten sehr intelligent sind? Und noch dazu haben jetzt US-Forscher in Experimenten mit sechs Schimpansen herausgefunden, dass diese Menschenaffen einen Sinn für Gerechtigkeit haben. Sie sind fair und sind sogar bereit, miteinander zu teilen. Was die Schimpansen so fertigbringen, darüber staune ich. Und ich denke daran, manchmal fallen wir Menschen unter das Niveau von Schimpansen zurück. Wie boshaft können wir manchmal im Alltag miteinander umgehen? Oder wie ungerecht sind wir Menschen, zum Beispiel wenn Industrieländer auf Kosten von Entwicklungsländern sich Reichtum anhäufen? Da wünsche ich mir und vielen, dass wir weit über das Niveau von Menschenaffen hinaus gerecht und liebevoll miteinander umgehen können. Und ich denke dabei an den heiligen Franziskus von Assisi. Von ihm wird berichtet, besondere Liebe schenkt er den Armen und Kranken. Und wenn er ihnen mit den Händen nicht helfen konnte, dann wendete er sich ihnen herzlich zu.